Montag, 27.11.2017, 11.32 Uhr, Druckennutzungsrechte-Feedback Kommentieren Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, brandet-chanl-teaser, html-126459-rapper-Brexit, Position, Relative, Wid, 100%, Paddingbottom, 18%, Background, Transparent URL, Slash Images, Image-984446, Custom-FC-HX-PNG, Center-Center-Noipid, Background-Sitze, Kundin, Marginbottom, 20px, html-126459-Brexit-Headline, Position, Absolute, Bottom, 35%, Wid, 100%, html-126459-Brexit-Name, Margin, 0 Auto, Texta-Legisten, Center, von Zitze, Erste 3M, Font-Weik-HT, Normal, Color, Raute 990.000, Font-Family, Sans-Serif, Line-Heik-HT, 1M, Wid, 100%, html-126459-rapper-Brexit-Name, Background, Raute FFF, Petting, 020px, 020px, html-126459-Brexit-Hallee-Artikel, Position, Absolute, Bottom, 20%, Texta-Legisten, Richt, Wid, 100%, von Zitze, 14px, Admedia-Skin-End, Max-Witt, 420px, html-126459-Brexit-Name, von Zitze, 1M, Petting, 3px, html-126459-Brexit-Hallee-Artikel, Display, Nonne, Brexit-Alle-Artikel-Die-Wunden-Sind-Noch-Nicht-Verheilt, seit Deutschland bei der Aufteilung der Brexit-Beute leer ausgegangen ist. Obwohl sich Deutschland mit Bonn und Berlin gleich für beide EU-Agenturen beworben hatte, die wegen des Brexit von London umziehen müssen, standen die Deutschen am Ende da, wie ein Spieler, der sich gründlich verzockt hat. Vor allem Frankfurt hatte sich gute Chancen ausgerechnet, künftig die Europäische Bankenaufsicht, EBA, zu beherbergen. Eif, Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, outstream, Eif, Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, Mitte-1, seit der Entscheidung, vergangene Woche wird nach den Gründen für das Ende in der zweiten Runde gesucht. Wenige Stunden nach dem Aus-der-Jamaika-Gespräche in Berlin gilt die Niederlage in Brüssel manchem bereits als Zeichen dafür, wie schnell der deutsche Einfluss in Brüssel schrumpft. Dass Deutschland jüngst keine EU-Agentur bekommen hat, liegt auch daran, dass Deutschland nur begrenzt handlungsfähig ist, twitterte etwa EU-Haushaltskommissar Günther Roettinger. Dumm gelaufen, könnte man sagen, und zur Tagesordnung übergehen. Doch so einfach ist es nicht. Inzwischen macht vor allem in der CDU ein ungeheuerlicher Verdacht die Runde, hat der deutsche Vertreter im Ministerrat gegen seine Weisung aus Berlin am Ende Paris bevorzugt. Bei der Abstimmung gibt es gleich mehrere Auffälligkeiten. Zunächst, nachdem Frankfurt nach der ersten Abstimmungsrunde noch auf Platz zwei gelandet war, stürzte die deutsche Bewerberstadt in der zweiten Runde auf nur noch vier Stimmen ab. Nun lag Dublin mit 13 Stimmen vorn, Paris kam auf 10. Der Verdacht liegt nahe, dass einige der Länder, die versprochen hatten, den deutschen Bewerber zu unterstützen, in Runde zwei von der Fahne gingen, Griechenland etwa. Eif, typiof ad, gleich undefinit, ad.ad, mitte unterstrich 2, war kriteo gleich kriteo, kriteo events gleich kriteo events, kriteo events pushar, function, kriteo display acceptable ad eifahrt blockt, zunite, 458539, container it, crt 4183 ff 44, oberriede zunifluor, false, in der entscheidenden, dritten Abstimmungsrunde zog Paris auf einmal mit Dublin gleich, es stand 13 zu 13. Eine Stimme war ungültig, am Ende entschied das Los für Paris.